Die FDP. Wäre sie ein Bundesliga-Verein, würde man sagen, sie ist akut vom Abstieg bedroht. Und sicher hätte man auch schon längst die Trainerfrage gestellt. Bei drei der vergangenen fünf Landtagswahlen ist sie unter der Fünf-Prozent-Hürde gelandet und aus dem Parlament geflogen. Und auch auf Bundesebene sieht es nicht wirklich viel besser aus. 11,5 Prozent. So viel hat die FDP bei der Bundestagswahl 2021 bekommen. In aktuellen Umfragen kommt sie allerdings nur noch auf sechs bis sieben Prozent. Tendenz weiter fallend. Was ist da los bei der FDP? Woran liegt es, dass es gerade so schlecht läuft? Und könnte sich da etwas wiederholen, was die Partei schon einmal erlebt hat? Es war ein Desaster. Etwas, was sich niemand so richtig erklären konnte und dass alle Beteiligten in eine tiefe Krise gestürzt hat. September 2013. Die Bundestagswahl ist vorbei und bei der FDP fließen Tränen. Und das im wörtlichen Sinne. Büroangestellte verlieren in der kommenden Zeit ihre Arbeit. Abgeordnete ihre Mandate und die Partei verliert jede Menge Geld. Was ist passiert? Zum ersten Mal in ihrer Geschichte hat es die FDP nicht geschafft, in den Bundestag einzuziehen. Mit 4,8 Prozent der Stimmen verpasst sie die Fünf-Prozent-Hürde um 0,2 Prozentpunkte. Dabei sah es vier Jahre zuvor noch ganz anders aus. Mit knapp 15 Prozent fährt die FDP das für sie beste Bundestagswahlergebnis aller Zeiten ein. Die FDP bildet eine Regierung mit der Union und stellt insgesamt sechs Ministerinnen und Minister. Der damalige Parteichef Guido Westerwelle wird Außenminister. Allerdings im Regierungsalltag geht die FDP unter. Bundeskanzlerin Angela Merkel schafft es wie kaum eine andere, Erfolge sich zuzuschreiben und Misserfolge dem Koalitionspartner unterzuschieben. Für die FDP bedeutet das, sie wird immer unbeliebter. Von Jahr zu Jahr sinken die Umfragewerte. Bei den Landtagswahlen läuft es schlecht und dann im September 2013 der große Tiefpunkt, das Ende im Bundestag. Auch wegen politischer Fehler, die man in der Vergangenheit gemacht hatte. Es ist ein Trauma, das die Partei bis heute noch nicht ganz verarbeitet hat. Und das dafür sorgt, dass jetzt, knapp zehn Jahre später, wieder viele Mitglieder in der FDP alarmiert sind. Zwar hat die Partei es geschafft, 2017 dann wieder in den Bundestag zu kommen, aber die Geschichte könnte sich natürlich wiederholen. Das Saarland, Niedersachsen und Anfang 2023 Berlin. In all diesen Ländern ist die FDP nach den Wahlen nicht mehr im Parlament vertreten. Von insgesamt 16 Landesparlamenten ist die FDP nur noch in elf präsent. Und in Bremen und Bayern, wo dieses Jahr gewählt wird, sieht es aktuell auch nicht so gut aus. Aber warum eigentlich? Was ist in den vergangenen eineinhalb Jahren mit der FDP passiert? Warum läuft es so schlecht? Schauen wir uns das mal etwas genauer an und sprechen über Erstens die Ampelkoalition. Nach der Bundestagswahl 2021 hat sich die FDP entschieden, eine Koalition mit der SPD und den Grünen zu bilden. Viel lieber hätte sie zusammen mit der Union reagiert, aber dafür gab es keine Mehrheit. FDP-Chef Christian Lindner hatte mir vor der Wahl im Interview noch erzählt, ihm ginge es gar nicht so sehr um irgendwelche Koalitionen, sondern vor allem darum, im Land etwas zu verändern, die eigene Politik durchzusetzen. Das Interview findet ihr oben auf dem i verlinkt. Im Regierungskabinett unter Bundeskanzler Olaf Scholz stellt die FDP insgesamt eine Ministerin und drei Minister. Einer davon ist Christian Lindner, der Bundesfinanzminister, auf ausdrücklichen Wunsch von ihm. Und genau hier liegt schon eine der Ursachen für die Schwierigkeiten der Partei. Denn anders als Christian Lindner sich das vorgestellt hatte oder vermutlich vorgestellt hatte, kann er als Minister gar nicht richtig regieren, sondern er muss vor allem reagieren. Corona, der Krieg in der Ukraine, die Inflation. Immer wieder gibt es große Probleme, bei denen er einspringen und Lösungen finden muss. Fast jedes Ministerium braucht mehr Geld. Und das ist für ihn schwierig. Nämlich deshalb, weil der Bundeshaushalt natürlich nur eine bestimmte Größe hat. In der öffentlichen Wahrnehmung tritt Christian Lindner deshalb immer wieder als derjenige auf, der Dinge verhindern möchte, der kein Geld rausrückt. Das kommt nicht gut an. Und auch in anderen Bereichen, die die FDP in der Regierung vertritt, konnte sie bisher wenig punkten. Zum Beispiel beim Verkehr. Immer wieder gibt es Chaos bei der Bahn. Die Baustellen auf den Autobahnen werden nicht weniger. Und dann gibt es da noch eine sehr große Unsicherheit wegen des Übergangs zur Elektromobilität. Für vieles davon kann der zuständige Minister Volker Wissing zwar gar nichts, zumindest nicht direkt, aber öffentlich hängen bleibt. Der FDP-Minister bekommt es nicht hin. Und so landet vieles von dem Unmut über die Ampelkoalition allgemein nur bei der FDP. Der Fraktionschef der FDP, Hans-Ulrich Rüke, sagt dazu im Interview mit der Deutschen Presseagentur, ich stelle anhand von Umfragen und Wahlergebnissen fest, die FDP leidet in der Ampel. Also alles nur eine Frage des Images, der Wahrnehmung. Ansonsten macht die FDP eine tadellose Arbeit. Nein, damit würde man es der Partei zu einfach machen. Denn neben den Leuten, die potenziell die FDP wählen könnten und durch eine schlechte Außenwirkung abgeschreckt werden, gibt es noch eine zweite Gruppe, die in diesem Zusammenhang interessant ist, nämlich die Anhänger der Partei, inklusive deren Mitglieder. Und dort gibt es in Bezug auf die Regierungsarbeit eine für die FDP alarmierende Zahl. 25. Nur noch ungefähr 25 Prozent, je nach Umfrage, der Anhänger der FDP sind mit deren Arbeit in der Bundesregierung zufrieden. Und ganz klar ist, wenn man es nicht einmal schafft, die eigenen Leute zu überzeugen davon, dass man gute Arbeit macht, wie soll es dann mit den anderen erst werden? Bei vielen Anhängern der FDP gibt es den Eindruck, unsere Leute lassen sich von den anderen unterbuttern, von SPD und Grünen. Im Wahlkampf hat die FDP zum Beispiel noch versprochen, zu harte Corona-Maßnahmen machen wir nicht mit. In der Regierung sah es dann teilweise gegenteilig aus. Oder wir machen keine zusätzlichen Schulden. Die Realität ist, Deutschland macht jede Menge neue Schulden. Und damit verbunden könnte ein weiteres zentrales Wahlversprechen der FDP kippen. Keine Steuererhöhungen. Denn irgendwie müssen die zusätzlichen Ausgaben ja gedeckt werden. Experten gehen davon aus, dass die Bundesregierung im Laufe der kommenden Jahre deshalb an den Steuern drehen wird. Oder zumindest darüber nachdenkt, an den Steuern zu drehen. Zum Beispiel könnte die Mehrwertsteuer erhöht werden. Das sorgt für Enttäuschung, gerade bei den eigenen Anhängern und bei den Stammwählern. Die wandern dann zu Parteien ab, die der FDP traditionell in einigen Punkten ähnlich sind. Oder sie werden zu Nichtwählern. Nach Zahlen des Umfrageinstituts Infratest-DIMAP hat die FDP zum Beispiel bei der Wahl in Berlin rund 37.000 Wähler an die CDU verloren. 30.000 ehemalige FDP-Wähler sind gar nicht erst zur Wahl gegangen. Ein Vorwurf, der dabei immer wieder aufkommt, die FDP würde wegen der SPD und den Grünen als zu links wahrgenommen. Das hat auch der Parteichef Christian Lindner schon öffentlich vermutet. Ob das wirklich stimmt? Sei mal dahingestellt. Auf jeden Fall alles keine guten Nachrichten für die FDP. Und es gibt noch ein Problem. Zweitens, zu hohe Erwartungshaltungen. Ginge es nach den Leuten, die 2021 zum ersten Mal an einer Bundestagswahl teilgenommen haben, weil sie mindestens 18 Jahre alt waren, wäre einiges anders gelaufen. Zum Beispiel wäre nicht Olaf Scholz Bundeskanzler geworden, sondern eventuell Christian Lindner. Denn zusammen mit den Grünen kommt die FDP bei den Erstwählerinnen und Erstwählern auf einen Spitzenwert von 23%. Und das kann durchaus mit Christian Lindner zu tun gehabt haben. Denn wenn man sich zum Beispiel die Kommentare unter dem Interview, das ich vorhin verlinkt habe, durchliest, dann stellt man fest, 2021 galt Lindner vor allem bei jüngeren Menschen als jemand, dem man viel zutrauen kann. Einer, der nicht der typische Politiker ist, der frische Ideen mitbringt, ein Macher, ganz einfach gesagt. Dazu haben auch die Themen gepasst, die die FDP im Wahlkampf besonders betont hat. Es ging viel um Innovationen, um Freiheit, um Wirtschaft und vor allem Digitalisierung. Wie es ist, darf es nicht bleiben. Das hat die Partei 2021 auf Wahlplakate drucken lassen. Und die klare Botschaft war, wenn ihr uns wählt, dann wird sich vieles verändern. Ganz klar, damit baut man große Erwartungen auf, die man dann natürlich auch erfüllen muss. Zum Beispiel, wenn es um wichtige Innovationen geht. Aber von den angekündigten Innovationen ist bisher wenig zu sehen. Mit großen Ideen hat sich die FDP bisher in der Regierung zurückgehalten. Zum Beispiel, wenn es um Mobilität geht. Das Gleiche gilt für das Thema Digitalisierung. Modernisieren wir endlich unser Land, fordert die FDP 2021 in ihrem Wahlprogramm und betont, wie wichtig es dabei wäre, möglichst alle relevanten Bereiche zu digitalisieren. Folgerichtig ist auch ein FDP-Mann Minister für Digitalisierung geworden, nämlich Volker Wissing. Aus dem Bundesministerium für Verkehr und Digitalisierung ist unter ihm das Bundesministerium für Digitalisierung und Verkehr geworden. Die Digitalisierung wurde also an die erste Stelle gesetzt. Passiert ist allerdings bisher wenig. Ende 2022 waren zum Beispiel nicht einmal 10 Prozent aller Haushalte in Deutschland mit einem Glasfaseranschluss versorgt. Zum Vergleich, in Frankreich waren es knapp 50 Prozent. Oder wenn man sich die Schulen anschaut. Laut einer Befragung des Analysedienstes TechConsult beklagen sich 80 Prozent der befragten Schulen über eine zu schlechte Internetverbindung. 72 Prozent vertreten die Position, dass Lehrpläne und Lehrmaterialien nicht ausreichend auf den Einsatz von digitalen Medien im Unterricht ausgerichtet seien. Und das, obwohl die FDP 2021 einen Digitalpakt 2.0 versprochen hatte. Der hatte schließlich auch einen Koalitionsvertrag geschafft. Aber umgesetzt wurde wenig bis gar nichts. Beispiele wie diese finden sich viele und das wiederum sorgt für Frust bei denjenigen, die sich von der FDP einen großen Umschwung versprochen hatten. Und das macht sich bemerkbar. Auch bei den jüngeren Menschen, bei denen die FDP vor eineinhalb Jahren noch stark war, verliert sie zunehmend an Rückhalt. Sowohl in Niedersachsen als auch in Berlin hat sie Prozentpunkte verloren. In Berlin landet die FDP bei den 18- bis 24-Jährigen knapp vor der AfD auf dem vorletzten Platz. Das ist selbst für Berlin, wo die FDP sich bei jüngeren Menschen generell schwer tut, ein sehr schlechtes Ergebnis. Und dann ist da noch drittens das Personal. Mal ganz ehrlich, welche bekannten Politikerinnen und Politiker aus der FDP fallen euch ganz spontan ein? Okay, Christian Lindner natürlich. Volker Wissig, den hatte ich ja vorhin auch schon mal erwähnt. Und dann? Dann wird es langsam dünn. Die FDP hat wie andere kleinere Parteien auch das Problem, dass sie in der Öffentlichkeit nur von einer Handvoll Menschen vertreten wird, zumindest gefühlt. Und wenn gerade diese Menschen in Ungnade fallen, dann wird es für die Partei schwierig. Nehmen wir Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Mitglied des FDP-Bundesvorstands und des Vorstands der FDP-Bundestagsfraktion und außerdem Verteidigungsexpertin ihrer Partei. Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine tritt sie in den Medien immer wieder mit einer deutlichen Haltung auf. Und die weicht teilweise ab von der offiziellen Position ihrer Bundesregierung. Damit eckt sie an, nicht nur bei den eigenen Leuten. Außerdem ist Strack-Zimmermann zur Fastnachtzeit als Büttenrednerin aufgetreten und hat einen umstrittenen Auftritt hingelegt. In ihrer Rede hat sie sich vor allem an CDU-Chef Friedrich Merz abgearbeitet. Guter Humor, fanden die einen. Geschmacklos, die anderen. Kritiker halten es für möglich, dass auch dieser Auftritt einen Einfluss auf die Wahl in Berlin hatte, die kurz danach dann stattgefunden hat. Zum Beispiel sagt der ehemalige Fraktionschef der FDP im Landtag von Nordrhein-Westfalen, Gerhard Pappke, Als konturloser Mehrheitsbeschaffer für rot-grüne Politik im Bund wird die FDP bei allen Wahlen gnadenlos abgestraft. Und den Rest erledigt Frau Strack-Zimmermann. Andere in der Partei sehen das zwar durchaus anders, aber klar ist, schon wenige öffentlich auftretende Politiker können die Stimmung für oder gegen die FDP stark beeinflussen. Mehr als das bei größeren Parteien der Fall ist. Das gilt unter anderem auch für Leute wie Wolfgang Kubicki, der immer wieder als Kritiker der Bundesregierung auftritt, obwohl er selbst zu den führenden Mitgliedern der FDP gehört und auch sonst immer mal wieder auffällt mit umstrittenen Äußerungen. Die haben ihren Laden nicht im Griff. Dieser Eindruck bleibt dabei immer wieder hängen. Und auch das wirkt sich negativ auf die Stimmenanteile bei Wahlen aus. Ja, unterm Strich also eine unbefriedigende Situation für die Partei. Ein schlechtes Image, wenig Rückhalt in den eigenen Reihen und eine Außenwirkung, die eher abschreckt als anzieht. Lässt sich das wieder ändern? Grundsätzlich schon. Allerdings nur, sagen Experten, wenn sich die FDP wieder mehr auf ihr Kernklientel besinnt. Also zum Beispiel auf Beamte, auf Selbstständige, Ärzte, aber auch auf junge Menschen, die zu Leuten wie Christian Lindner aufschauen. Einen ersten Vorstoß in diese Richtung gab es Anfang 2023 beim sogenannten Drei-Königstreffen der FDP. Dort wurden Anträge besprochen, die zum Beispiel eine längere Laufzeit von Atomkraftwerken fordern, Fracking und ein Fördern synthetischer Kraftstoffe. Alles Dinge, mit denen die SPD und die Grünen wenig anfangen können, mit denen die FDP aber bei ihren Leuten punkten könnte. Wie gesagt, könnte. Das gleiche gilt auch für das Thema Steuern. Gelingt es der FDP, Steuererhöhungen zu verhindern, dann wird ihr das viel Zuspruch bei ihren Anhängern einbringen. Auch ein Absenken der Schuldenobergrenze würde dazugehören, auch wenn es momentan nicht danach aussieht. Außerdem mehr Digitalisierung, weniger Bürokratie. Auch das sind Dinge, mit denen die FDP es schaffen könnte, einen Aufschwung hinzulegen. Und dass sich die Partei in der Koalition generell durchsetzen kann, das hat sie immer wieder gezeigt. Zum Beispiel als es um eine allgemeine Impfpflicht ging, die letztendlich durch die FDP verhindert wurde. Aber klar ist natürlich auch, in der Theorie klingt das einfach, aber mit der SPD und den Grünen hat die FDP Partner, die ganz andere Schwerpunkte setzen und gegen die man erst einmal ankommen muss. Und letztendlich gibt es da ja noch Bundeskanzler Olaf Scholz von der SPD, der die sogenannte Richtlinienkompetenz hat. Ohne ihn geht nichts. Das heißt, am Ende ist die FDP zwar nicht, aber einiges, wofür sie steht, findet immer weniger Zuspruch. Und wenn sie sich zu sehr wandelt, dann schreckt das wiederum die eigenen Anhänger ab. Man muss also versuchen, mit der neuen Situation umzugehen und alle Klientel gleichermaßen zu bedienen. Aber so einfach ist das natürlich nicht. Was meint ihr denn? Könnt ihr die FDP es schaffen, das Ruder rumzureißen? Oder geht es weiter abwärts? Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Und hier neben mir findet ihr ein Video zur Frage, könnte die AfD im Jahr 2024 regieren? Gerne da draufklicken und direkt darunter nochmal das Interview, das ich vorhin schon mal erwähnt hatte mit Christian Lindner aus dem Jahr 2021. Danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.